Guten Abend, wir werden jetzt ein dreiminütiges Musikfeuerwerk schießen mit Produkten aus unserem Programm. Alles was Sie sehen, ist entweder am Lager oder drückt in der nächsten Zeit bei uns ein. Wir sind Pyro Genie aus Berlin und wir machen einfach gutes Feuerwerk. Viel Spaß! Das war eine Nennung. Geil, ne? Ne, 75er Boxmeister. Ja, die ersten waren scheiße, aber der Rest war richtig gut. Letztes war nicht. Aber hier war es heute hier. Super geil! Das war's. Das war's. Bodenkontakt ist möglich. Was? Bodenkontakt ist möglich. Bodenkontakt ist möglich. Bodenkontakt ist möglich. Bodenkontakt ist möglich. Ich hab's schon seit 75 Jahren gewesen. Die beiden, ne? Also, ich leg mich am Arsch. Ich bleibe wahrscheinlich auf. Was kommt hier? Wie geht eigentlich? Das war's. Zweite. Das war's. Das war's. ые. Das war's. Was mellan das glaube ich zum einen guerra emergenen Dreher. Der schaffelt. an tumfülle ich. Das war's. Hilfe! Oh, oh, yeah. Es brennt. Es brennt. Hilfe. Ich bedanke mich. Andi, ich bin der Pyrogenie aus Berlin. Ich denke, sie hat sich gut präsentiert. Danke, lieber Ingo. Die Show war sehr, sehr gut. Danke an alle Teilnehmer des Pyroforums 2018. Der Shuttlebus fährt vorne wieder vorbei. Der nimmt euch mit zum Saalbau. Danke, dass ihr da wart und wir sehen uns nächstes Jahr.